so ich habe jetzt einfach mal so angefangen wir sind jetzt hier bei dem kleinen christ christmas speziale und wir spielen ein bisschen sie ist released by arrow ich zeige einfach mal ein paar schildchen überall das gleiche drauf da hat schon wieder eine eis kaputt gemacht von euch bongos wer ist fertig wer ist nicht fertig so los geht es sind alle feiner nicht fertig christmas speziale schaust mal die rüstung ich habe diesmal vor du kannst ja das spiel allgemein leiser machen die 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 aber sie sind sehr real. Sie können ein Power Center auf einem Power Bay zu superchargen. Was sind Power Centers? Huh? Ich habe mich teleportiert. Ja, das war's. Marco hier das... Nipp! Wie bei dir? Ich habe es hier hingeschrieben. Das ist hinter dir hinter dir. Warum ist es durch mich durchgeflogen? Ich bin das spinnennette. Ich bin irgendwo im Himmel. Power Center. Info. Power. Centers. Boah, wir sind die Besten. Zeig hier mal. Du hast ja gerade schon vorgelesen. Wie kann man sich so etwas kaufen? Ja genau. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Im Himmel? Nee, beim Shop. Aber wie kann man dir was kaufen? Beim Shop? Ja, du hast halt so Candy-Zeug. Da steht auch rechts da hier die Anzeige, wie viel du hast. Und was ist ein Candy? Und was ist ein Candy? Keine Ahnung, das werden wir schon herausfinden. Was ist das? Der steht da rechts da. Der Magic Stick, Alter! Achso. Hier ist nix. Kann man die nicht einsammeln? Da gibt es eine Anleitung zu der, was man brauchen muss. Wo denn? So, mal schauen. Ich würde mich hier erstmal proben. Ja, alles klar. Äh, darf nicht. Ich glaube, wir lassen mal wieder zurück, denn wir sind ja gerade nicht. Ja. Ja, drei Candy-Zeug. Warum? Ich habe ja alle bekommen, fürs Umschauen. Achso. Stimmt. 19. Boah, die Musik hier ist cool. Jawohl, noch mehr Melon. Unten buchen. So, was haben wir denn jetzt hier zu tun? Ich habe eine Einkaufsliste. Ich habe eine Einkaufsliste. Wir müssen einkaufen gehen. Geil. Ich habe ganz viel Papier. Brot und ein Buch. Ich habe auch, äh, ich habe so viel Shit gehört. Ich habe eine Red Sonnfucker. Ich habe Knochen. What the fuck, ey? Ah, wir kriegen voll viel Pock dir die ganze Zeit. Ja. Ich habe hier, ich habe hier ein Buch, das heißt. Ich habe auch hier. Ich habe auch hier. Das heißt. Brett. Da steht drin. Just plain old bread for me. Ähm, ich habe eine Einkaufsliste. Na! Schau wie der Food Shopping estr она. rasch! Maises! 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 Ja! Maises! Maises! Wie oft würde mir entstehen? Maises! 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 Es gibt Er initialkzess! Ja! Ich habe dir Geld gefunden. Ich habscreen noch mal wieder locker. aus dem Sehenden bitteschön, äh, hier, die Treppenhausen. Äh, Marco, du nimmst mal die ganzen Bücher, okay? Ich bringe die mit. Ich berühm euch, äh, den Pantone. Aber die Frage ist, was machen wir jetzt hier? Ja, ich hab ne Kettenhose, wir haben noch keine Lust mehr. Ich sag Tobi mehr von den Zeugen. Ja, weil er mehr findet irgendwie. Ja, ich bin jetzt doch alle gleichzeitig in die, oder? Oh, Kübis! Er hat irgendwie ein Pondsetter oder so. Den ich hab Kettenhäger jetzt bekommen. Ich hab ein Power-Center! Ja, wir haben alle drei. Ey, Marco, wo bist du? Ich komm jetzt wieder zu den fetten, äh, äh, Fisikanten. Ach, ja, ich hab diesen Dreadstone-Fuckling, Power-Center. Wir haben zwei Stück von dir, Marco und hier sind die Bünder. Äh, wer hat noch keine Hose? Komm jetzt zu mir, ich hab was. Toll, ich bin hier eingesperrt, lass ich mal raus. Gute. Komm hier mal. Oh, ich geh mal einkaufen mit meinen 3 und 7. Warte mal, du hast doch ein Buch, Marco. Wo müssen wir die Dinger platzieren, um den Ström wieder herzustellen? Wie war das? Warte mal, du hast doch ein Buch, Marco. Wo müssen wir die Dinger platzieren, um den Ström wieder herzustellen? Ich hab' ne Hose für dich. Ich hab' ne Hose für dich. Nun, steht da nix. Ach, hier steht Melo, 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 Melo. Extra Melo. Cool, das hast du nicht? Hast du's überfragen? Okay. Wo können wir nur, das geht doch nicht? Oh, dieses ist nicht so. Oh, wo können wir die Dinger platzieren? Das sind nicht Power-Base. was weiß ich wo die sind ich habe nur ein regen o splash regeneration regeneration für 33 wo bist du ja wo ist hier er für die tieren die 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 treppen hast du nicht gesehen können wir es mit der bahn fahren ist es ist ganz dunkel geworden mir wird schwindelig lauter geschenke geschenke ja da ist der ts bei uns wieder abgekackt was ich habe nicht geschrieben heißt es ist super super gut ist das ist das ist gut ey jaja jaja so wieso kann ich das ding nicht kaufen und sich die magic stick kaufen naja ich drücke drauf aber es passiert einfach nicht ich bin nämlich komm jetzt auch mal warte mal da vorne war doch eine anwaltung alter wie viel haben wir denn 160 170 ja aber ich kann mir den magic stick nicht kaufen da gibt es doch bestimmt schon ein schwert ha ja 1250 ich habe den magic stick 500 wow 700 500 jetzt habe ich den dreimal gekauft jetzt habe ich den dreimal gekauft jetzt habe ich den dreimal gekauft ne achso ok ja dann gehen wir wieder zurück und schauen weiter wie lange dauert das bis man den kriegt keine ahnung ja was ich habe für uns wenn ich 11 ich habe ein bild gefunden was habe ich denn gemacht Tobi wann hast du den gekriegt was den den nach dem ich auf den knopf gedrückt habe sofort ja ziemlich ich glaube ah der stick macht mehr geschwindigkeit ja ich komme zurück ne da geht es nicht da habe ich schon ausprobiert da sind unsichtbarer war genau hier und du hast da erleben mehr Tobi ja ich weiß hä aber wo müssen wir denn lang ist okay ich weiß es nicht wir müssen Kisten suchen wir müssen Kisten suchen achso äh unter dem Schnee können Kisten sein der Schnee können wir aber nicht kaputt machen ja wir können draufklicken so rechtsklicken können wir nicht irgendwie jump run mäßig hoch ein bisschen ah da hier da ja die da hinten habe ich schon einfach ausgeräumt ja dann die rechtsklicken über den ganzen Boden und schau hier in den Kisten die so unsichtbare Wand ist das unten naja hier kam gerade zu ne Meldung wo ich die Kiste ausgenommen habe 2 oder auf mein collectible self gefahren wo denn weiter ihr müsst die Liane hoch ach ne wie kommst du da hoch ach da da an die Liane ah ja dann nach links auf den Grund what das ist ein Verarsch ja tschau Kami also ich gehe schon mal weiter hey wenn man auf den Kisten da ist äh wir sind hier ein Eisblub hier ist ein Eisblub hier ist ein Eisblub aber wo hungert ihr auch gerade oder bin das noch nicht ne ich kriege immer also ich habe Essen gefunden in der Truhe ja ich weiß aber ich habe jetzt nichts mehr ja ich habe auch gleich nichts mehr so was machst du glaubst du dir musst du entgegen man kann sich halt auch nix kaufen wenn du nicht da wirst du nicht gehen ja ich gebe dir halt ja ich gebe dir halt alles gleich nicht nein nein was denn ja wir müssen tauchen der sprengt nicht wir müssen tauchen der kann nicht sprengen ja weil der vielleicht nötigbare Wand ist oder sowas was weiß ich und tauchen oh mein Gott ich werde sterben ich muss mal auftauchen ich habe kein wasser mehr äh luft mehr hop 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 hey what the fuck man geht es da nicht weiter geh hoch jetzt muss man tauchen ich fahr weg vielleicht Leute ich fahr weg ich fahr weg wo ist Luft wo ist Luft wo ist Luft ja ich fahr weg gerade ich habe es geschafft hallo schwimm doch hoch du unfähige stück scheiße ich fahr weg ja ich bin tot so was passiert dann wenn man tut es bei dir Luft oder so ja ich bin hier draußen bin da links also am Anfang links wie am Anfang links ach ja ich sehe es fluss direkt über ist da direkt ist da überall wasser luft oben oder ist da Eis das luft 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 ja ey da ist eine kiste Leute wie kommen wir zu der kiste hier ist ein labyrinth ja auch Leute wie komme ich denn jetzt wieder raus bin ich hier hallo ich bin meiner kiste Fluch hallo 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 wo komme ich hier raus hä wo geht es lang ha Fluch ich hab die kiste ich hab die kiste ich bin gestorben und bin dann ich töte die hallo hallo ja mein gott so wir müssen glaube ich weiter ich hab Kuchen dabei Philipp ich hab Philipp ich hab ein Oberteil für dich und ich hab ein Buch gefangen hä ja dem ist auf mich geschossen dafür ich hab ein Buch warte mal Charles Durant ist hier stimmt Tobi du bist beschossen von so nem Fisch hä ja da sind diese neuen Fische da die wir sehen dich so an aber halt getarnt als Abwehrmechanismus was wir sehen also ich hab jetzt ein Eisenschwert und mein Magic das heißt mein Magic sich klar wo ist denn ein Eisenschwert her ja hier kann man Zug fahren ja ja warte mal wie soll ich nochmal alles sehen ja hier könnt ihr dann nachgucken und ich fahr ich fahr schon mal mit Philipp oh das ist voll der Drogentreppen ne ich wollte auch grad sagen voll der Brainfark ich will jetzt auch nen Drogentrip weil das ist ja übel wow wow Alter ich glaub so sieht's aus wenn du LSD nimmst wow Telefon wow wow Alter Vater Hilfe Feuer Hilfe Feuer ich er geht super freudig so ich geh shoppen die Musik ist immer noch gar 200 was kann man denn das für 200 kaufen also hier gibt's den Magic Stick ja den hab ich schon nix in meiner Hose Eisvoid hier Marco nochmal das Buch ne ich spare was ist Eisvoid ist das ne Hose ne Eisvoid Grenades acht mal das ist durm ja 350 Kenny brauche ich für so ne geile Axt ich hab'n Eisenschwert ich geh schon mal weiter oh da ist ne Kiste meinst 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 hallo jawoll ich merke euch alles weg jetzt warte doch mal ich versteh noch nicht den Sinn der Map bis jetzt ja wir sollen einfach das Champa durchspielen ich hab'n Goldapfel ihr Bitches aber wie Tobi Tobi ist wie Brammen ja wenn's Kisten gibt dann ist er nicht mehr zu stoppen ja hier geht's nicht lang hier waren nur Kisten hier geht's lang also hier geht's zumindest weg wow hier gibt's ein Buch wo nur Nordi drin steht ja da ist ein Schild wow Eisenstiefel Note to fixer please fix this weil ich hab'n ganz viele Bücher gefunden ähm ich hab'n äh wo geht's hier lang was bringt mir das jetzt hier um zusammen warte fuck ey was sind das für Bücher oh nein wo bist du denn hin äh ich hab'n hier so ne Tür gefunden es warte doch mal zwei Sekunden this is not the power core series Note to Jeff ich hab'n hier grad so ein bisschen Jump'n Run Action was steht da auf den Schildern Warping Room Closed for Maintenance ich bin doch rein wo geht's denn lang jetzt oh ich schätze mal irgendwie oh leul was ist das denn ich glaub da wird man nicht reinfallen was ist denn das für'n Lieferband was ist denn das für'n Lieferband ist das Santa's Fabrik ja irgend sowas ich glaub auch aber was sollen wir hier denn machen was sollen wir denn fixen da habt ihr nicht schon irgendwas irgendwie gesammelt in den Kist ich hab'n christmas spirit gefunden äh ich hab'n äh ich hab'n ich hab'n 12 Spinnenwehren sprich Alter er springt nicht ab hier kommen wir halt nicht rein was steht da notationship hier brauchen wir den Schlüssel wo gehört der christmas spirit hin oder was ist damit wo ist der oh Kiste ich nehme die Spinnenweben immer mit, ich weiß nicht, was da drin ist. Wo ist denn eine Kiste da? Hä, hier waren zwei Kisten. Ah, guck mal. Ich wollte sehen, ob er da irgendwie durchkommt. Ich geh da jetzt rein. Das dachte ich mir halt. Hä, Philipp, hast du echt irgendwie so einen Weihnachtenstück in so einen Christopher Spurs? Ja. In welcher Form? Also was ist das? Das ist ein Goldblock, den ich nicht blenden kann. Äh. Ich hab ehrlich gesagt. Leut, ich weiß, was lang geht. Hm? Jetzt hat's, wenn ich das aufgeregt. Wo bei dir? Äh, der Hof. Doch da. Was weiß ich hier? Siehst du sie? Hm. Alter, der riesige Weihnachtsmann wie Orson, man steht hier. Na leider. Ja, das ist doch eine Art Champion. Nein, ich bin runtergefallen. Ja, fuck, und ich bin runtergefallen. Weil ich da das doch nicht gesehen habe. Hä, wo muss man jetzt hin? Äh, links von dir auf dem Block. Jetzt, warum bin ich denn rückwärts runtergelaufen? Ich hab mich doch gar nicht bewegt. Ich nehm die ganze Spinne mit, keine Ahnung, vielleicht kann man sie mal brauchen. Ich nehm alles mit bei so was. Hm. Ich bin geil. Auch beruflich. Ah. Auch beruflich. Wo muss man das? Dann. Das ist jetzt schon. Run! Ach. Du gehst rechtswidrig. Wow. Oh. Ich glaub, bei mir geht's halt dafür. Hä, ich muss erst noch dahin. Da steht der only ways down your bongos. Ja, aber... Kisten! Oh, lol. Ja. Ich hab was. Meiner war was. Oh ja, ich hab nur wieder eine vorausgeguckt und geklaut. So, hier geht's noch weiter. Oh! Hier geht's noch weiter. Oh, 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 hier geht's noch weiter. Alter. Hä? Marco looks like this is the maintenance tunnel. Wo bist du, Marco? Ich bin hier in den Raum herein. Bist du wieder runter? Ah! Welcher Raum? Also, da bist du. Hey, hier muss ich Power Bay machen. Hä, warte, hier auch. Hey, hier ist auch Power Bay. Hey, bin ich gleich gleich wieder drauf gekommen. Ach, da. Das ist schon. Oh, Alter. Ja, das hier ist krass, Alter. Hä!? Hä, wo bist du, Du, Marco? Hä, warte, wir essen da bei mir, grad? decorate bist du bei mir. Hä? Ach, bist du da oben? Prozent Prozent 9 ja ich weiß nicht wie man die Wochen soll ich gerade gemacht ja und es überhaupt Kassel und im Kriegsen Shampoos ja geschafft was gibt es um uns weiß ich nicht wie geht es weiter der Händler das geht nicht gelogen ich bin oben ich schaff es aber nicht ich bin auch da leckt mich doch am Arsch wie ich spawn jetzt unten du musst springen und in der Luft nach vorne einfach ja immer Leertaste gedrückt halten einfach die ganze Zeit das ist ein Witz weil das ist voll unfair ich renne los bin mega schnell nur weil du zu inkompetent sind ja weißt du was wir haben so was mal gespielt MANN wie soll man den Sprung nicht schaffen oh Leute da musst du den Doppelsprung machen beim besten Glück oh Leute ich bin auf der anderen Seite spring doch ab du Hurensohn hey für uns haben wir echt chinkert was ja rutsch einfach von diesem ding da wieder runter ich komme nicht klar den speed boost ich komme einfach jetzt wartet mal kurz ich stehe jetzt schon das zwanzigste mal auf dem blog und rutsch jedes mal diesen millimeter nach vorne warum auch immer ich bin so ein geil ich habe bist du nicht ganz nur hier ich habe ich habe gesagt ich will sowas nicht die geile karte er was weiß ich dass es japan ist schwieriger weil das ist schnell das ist mega ich komme dann nicht drauf klar wenn du schnell wenn du auf einmal wo bist du denn da jetzt hingegangen einfach nach unten ja weil ich 300 mal fast schon durchgekommen bin und dann wird er kommt wieder zurück und ich doch doch den millimeter weiter dort runter was muss man hier alle hebel umlegen äh ihr hört es oder das Wasser muss das Wasser durch block hier dafür müssen es noch die lava freigeben wie macht man das alter ist das wie geil ist das denn ach so oh nice Tetris ja Tetris auf jeden Fall Tetris das das spielprinzip von Tetris ey geh doch erstmal weg ich will aus dem Hebel umgehen geh da weg ich mach das jetzt hier ich muss zeigen nein wer hat gerade den Hebel umgelegt der hat gerade alles versaut jetzt verpisst euch alle hier oh jetzt lass ich doch ich schaue doch bloß zu da der Block entsteht da hat es jetzt sowas gemacht nein hat es nicht doch das eine licht leuchtet müssen wir alle lichter zum leuchten bringen scheinlich das kann doch nicht sein wie sollen wir denn Wasser da drüber hinkriegen das geht doch gar nicht warte mal kurz mach mal alle Hebel nach unten kurz nein warte der eine der passt jetzt schon der der lässt es jetzt runter der nicht warte stopp 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 das passt jetzt die anderen zwei jetzt muss man nur noch so jetzt müssen wir warten nix mehr umlegen einfach warten ja dass die labe da runter kommt endlich da links jetzt jetzt warum passiert da nix was er jetzt hat was steht da jetzt warte mal find your way back to the power core in place er hat irgendeine von euch was bekommen da steht hier geht's nicht weiter hier geht's nicht weiter da unten spring doch dann wenn ich dann schon drauf bin und dann springen drück ey hä wie soll ich nicht hier springen hier ist die kiste wo bist du Philipp ne das macht irgendwie keinen sinn dann haben wir nicht zurück seit hier ich hab schon wieder hoch ich bin so gut wie letzter jump nein ich hab schon geklappt so ich hätte jump and runs gehen wir einfach so auf den sack so ganz normal noch mal gib her gib her einfach aber nicht so ne wichse wo ist das achtern du bist der hallo 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 nicht hier geht's weiter unten ach ist wir her gekommen ja komm mit ich weiß wo du hin musst glaube ich hier sind zwei Powerbase hier brauchen wir noch ein bitte was ich bin gerade dabei die werden immer größer die haben voll die fetten schwerter ja habe ich kaputt ich habe das eisenschwert jetzt habe ich seines mit scharfen ist 2 und unbreaking 2 da ist noch irgend ein monster da ist noch ein name ice kingdom shop so wo müssen wir denn jetzt hin ich hab noch so ein paar ding jawohl kommen wir denn jetzt noch eins her vielleicht müssen wir wieder runter vielleicht weil da gibt es doch noch so ein raum wenn sie gerade was weiter ich probiere mal auf christmas für etwas können ich bin unten an nix down shorting runway up the only way is down steht hier ich bin nach unten aber da ist nix ich glaube ich muss von dem weihnachtsbaum auswohnen als ist die komplizierte mit die schlöte rufen ja und er ist nicht in der Nähe das Grüne vorbei ich glaube wir müssen irgendwie hier rein der Ort und er wird ich bin mit dem der Welt die ja 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 Ich bin das vorgekommen. Ich bin das vorgekommen. Ich bin das vorgekommen. Okay, ich hab nichts für mich. ja 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 was ja und jetzt ich hab die ganze Zeit wie ein Counter-Strike so Waffen wichseln, aber es bringen wir jetzt eher über den Strecken Was? Alles klar Ich bin mega unspektakulär Was hast du erwartet, Alter? Oh, die Türen sind offen Was ist das jetzt? Ich weiß es nicht Jetzt erklärt das grad wir alle Oh ne, wir haben grad Kameraperspektiven Ich weiß Außerdem Und jetzt? Ja, weiß ich nicht Voll geil wenn man sich versucht zu bewegen Geht's weiter? Das sind Fledermäuse mit XP Hallo Hallo Jetzt sind sie alle gestorben Hä, ja, jetzt sind wir hier drinnen und jetzt? Ja, Kamera, hallo los Wie kommen wir da? Ah Meins Warum hab ich eigentlich keine Rüstung mehr? Was für ein Block denn das? Das ist ein TNT was da ist Ja, ich weiß Das müssen wir da jetzt auch schon wieder hin planten Wenn er hat sich auch nen geilen Schub Schön aussieht Gehlt sich hier Müssen wir auch wieder Redstone hinpacken? Hä? Kommen wir hier irgendwie raus? Stimmt wir kommen hier nicht mehr raus? Wie bad What? Hä? Ich hab hier grad draufgeklickt und dann kam bad Oder wer hat Was soll jetzt passieren? Ah Die, die Dinger wieder Verschwimmen wird Ah Okay, ich werd sterben Boah Leck mich mal am Arsch What? Warum ächst du dies hier alles? Boah Tobi, die gehen voll auf dich los Jetzt gehen sie alle auf mich Was bringen denn XP? Da ist noch so ein Ding in Tobis Kopf Ich kenne mir erstmal ein Schwert Stimmt Hey, hier ist jetzt überall TNT geplantet bei dem Produktionsding Awesome Awesome BD Boah, der Schwert des Todes Wieder da Hallo? Hallo? Ich hab dich vor dem Monster beschützt und so Habt ihr es geschafft? 1250 Ich warte noch Habt ihr es geschafft, Mark? Ja, irgendwie indem wir eine Focke geteatet haben, weil wir einfach nicht weitergekommen sind Es gab nichts mehr Wir sind alles abgeflogen So, ich bin wieder hier Was müssen wir jetzt? Äh... Das freu ich mich jetzt auch Ich will das eine Antwort darauf geben Ich hab mir mal was gekauft Du das Ich bestand ein paar auf 1250 Hier ist auf jeden Fall ein Ding mit bloßes TNT hin Hey? Da ist alles TNT Hey, Flo Du hast schon eine Waffe Da wollte ich schwert Äh, wie viel der Match? Nix Was so schwert, Herr Ich hab kein, ich hab nix Und so, dann blut es Es sind so schwert Es sind so schwert Ja, ich hab halt die Axt für eingekauft, ich mir alles gegeiert habe, ich hab nämlich schon das dir schwert Oh! Dieser Krass Arschloch Ja, das ist die für 350, die man sich kaufen kann Ich, äh, müsste jetzt nicht dieser Raum hier aufziehen Der, der war mal grad drinnen Achso, hä, hier oben und was war da drin? Äh, da mussten wir, dann haben wir so eine kleine Kamera-Rundfahrt gehabt und dann ist irgendwie alles auf einmal explodiert, weil irgendwas irgendwie passiert ist und dann waren wir wieder unten Geht´s da? Geht´s da, können wir da irgendwie rein? Das können wir doch bestimmen Ich bleib´s Ich bleib´s Ich bleib´s Ich bin weg Wo bist du? Ich bin da runtergefallen. Ich bin weg. Hä lol. Was? Ach, ich wurde wieder fail gespawnt. Waffe. Ich bin hier beim Schlitten vom Weihnachtsmann. Alles klar. Did you not read the sign? Welche denn? Hey ne Moment, ihr müsst es da runterspringen. Hä? Glaube ich. Wo? Am Ende von dem Lieferband meint ihr, glaube ich. Da bin ich da runtergefahren, bin gestorben. Hä? Easter Egg. Wotterfuck, Philipp hat Easter Egg gefunden. Was denn das heißt? Da bin ich mein Christmas Spirit los und was hat mir das jetzt gebracht? Wollt es mir. Hä, wo bist du hin? Marco, wo bist du da runtergekommen? Ich bin tot, wenn ich da unten aufkomme. Ja, aber weil da, wo es mich fail hingespawnt hat, das sind jetzt solche Teile, die aussehen wie von diesen Dingern, da wo man runterspringen kann. Vielleicht mit dem extra Leben. Hä, Philipp ist irgendwo draußen, ganz woanders. Ich tippe mich mal hin. Philipp ist gleich über den nächsten Stage. Philipp war mal kurz. Stimmt! Stimmt! Hä, wie sollte man das denn überleben? Ich weiß genau, wenn man da runtergefallen ist, dann wurde man kurz tippet und ich bin dann hier drauf. Und tot. Ja, genau. Und tot. Das war gepackt. Ich glaube, man hätte dann normal runterfallen sollen. Ja. Und jetzt exploren. Jetzt kann man weiter machen. Boah, endlich. Oder wahrscheinlich, glaube ich, ich glaube, wir finden hier diesen zweiten Block. Nee. Nee, durch den zweiten Block, den wir gefunden haben, hat sich die Fabrik da geöffnet und dadurch... Er braucht etwas zu essen, ich habe ewig viel. Nö. Einfach aus den Küsten. Ich schau jetzt schon. Braucht ihr was zu essen? Jetzt mal alle bitte eine Antwort. Nö. Hä? Äh. Ich habe 50 coins gekriegt. Wir werden von 11 mal angegriffen. Die sehen aber fies aus. Ich habe Schuhe. Wer braucht Schuhe? Ich. Ich. Aber Flo hat schon die Mega-Axt gekriegt von mir. Wer zuerst bei mir ist, kriegt die Schuhe. Wo bist denn du? Stopp. Bist du da, wo ich gerade hinlaufe? Oder ist es Philipp? Ach, warum bist du Philipp? Ente der Elfball. Hier, Tobi. Ach, Tobi, dann weg. Oh, hier ist Eisenschwert. Ich habe Eisenschwert gefunden. Oh, wey. Ich hält sie nicht mehr lang. Stopp. 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 Hat die Elfball jetzt geöffnet oder nicht? Ey, Marco, ich habe Schuhe für dich. Aber ich habe meine Rüstung von Anfang verloren. Die war auf einmal weg. Die geht kaputt, du Idiot. Ach so, die geht kaputt. Meine ist auch schon mehr als die Hälfte kaputt. Deswegen, ich ziehe sie jetzt auch erst wieder an, wenn einer darf. Philipp ist wunderbar. Ne, ich bin im Lagerraum mit immens vielen Kisten. Wo ist der? Oh, Flo, wir haben es gleich. Da steht was. Man sollte mit zum Shop gehen mit irgendeiner Person und noch was machen. Komm mal auf. Keine Ahnung. Komm, du hast eine Schuhe mit Madison. Dann geht's über die AI-Mail-Mail-Mail. Dann geht's über die AI-Mail-Mail-Mail-Mail. Sie sind dabei auf der faren End der Runway. Oder fahren Sie sich in der AI-Mail-Mail-Mail mit dem richtigen Weg. Ich bin bereit. Ich bin wieder hier. Und wo warst du das Lager, Philipp? Hier. Retriebe die Candy Cane Blazer deep within the present. Was hast du denn? Wo sind denn die Geschenke? Ist die Map verpackt? Haben wir die Map verpackt? Was ist denn jetzt los? Ach, wir werden wieder angekommen. Ich weiß nicht wieso, aber ich hab Speedboost. Ja, von deinem Stock still. Nein, ich hab nicht. Das sind so glaube ich viele Leute. Ja, Entschuldigung. Ich brenne, Digga. Die Map verpackt. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich brenne, Digga. Alter, ich seh nichts. Holy shit, die Viecher. Was sind denn los bei denen? Wow, was sind das viele? Leck mich am Arsch! Ja, ich zu. Ich tick aus. Nanobots. Schau mal, Flo, das ist der Boss. Nanobot, ich hab ihn. Ich hab selbst Schwert. Warum kriegt immer Tobi die ganze Wichse? Weil ich ihn gekillt hab. Hey, da oben fliegt was. Wirklich schon. Wer will das Schwert? Ein Geschenk. Ich hab'n Gold ab für den Snack. Ich hab'n Gold ab für den Snack. Nächste Wave kommt, Digga. Oh, ne. Goll. Habt ihr das Geschenk schon ausgelöst? Welches Geschenk? Was? Es kommt nach jeder Runde, was war da drin? Welle 2. LOL, Riesenzombie. Wo? Der sieht Unterhosen. Und Zo... Alter. Creeper. Äh, und das sind grad Chicken. LOL. Wir müssen die, wir müssen die Creeper zu den... Weil die am Jump Boost. Ja, ich merk. Das sind so viele. Da liegt ein Schwert. OOOOOO. Das seh ich schon, das Beste. Ne, hab ich nicht. Das ist für 1200 das Beste. Ich hab'n Eisen-Barren. Riesenzombie, 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 Riesenzombie. Ja, aber da steht dann nur rum. Töten. Töten. Töten erst mal den Typen da. Töten! Ha! Jetzt ist er weg. Ich hab' ich nicht gesehen. Ach so. Geschenk. Töten. Töten. Wie Tobi alles geiert, ey. Boah. Ach dann. Ja! Die Errüstung! Wuh! Jawohl, Alter. Das ist der Shit wie die am Keiern ist der Junge! Der Junge einfach! Fluss! Ich hab' nur zweimal bekommen. Das sind die OP-Schühe. Die OP-Schühe mit meinem Vater, Alter. OIga. Hier Marco, du kriegst meine alten. Jojojo, jetzt krieg ich wieder so Mono Schuhe. Loi! Ja, ich habe Vergiftungspotion, die ich werfen kann. Ich habe eine Regenerationsdekte. Oh nein, bitte was. Nein, nicht auf mich schießen. Was ist das denn für Bug? Seid ihr auch irgendwie so langsam? Ich muss regenerieren. Alter, ist man schnell down. Die Rüstung, die ich anhand. Die Russen! Alter, man hat doch gar keine Schnitte gegen die, oder? Ich bin voll im Fein! Okay, ich bin da. Goldapfel! Da habe ich meinen Goldapfel geschnackt und mache sie alles krass. Äh, Entschuldigung. Guck, guck. Guck, guck. Alter. Wie immer hier, jemand haben Snack ist. Entweder Philipp oder Tobi, ey. Ich habe Prismarinkristalle. Bratnes Kaninchen. Ich habe auch Prismarinen. Scherbe. Braucht ihr, äh, wer von euch ist nicht vorliegt? Ich? Ach, noch eine Wave. Ey, der ist ja gut. Wo bleibt sie denn? Was kommt jetzt? Da kommen die Creeper vom Himmel. Die Mängel. Das sieht so geil aus, wenn die Hühnchen... Was? Auf jeden Fall! Wie sollen wir denn gegen die ankommen? Einfach die Dinger zurückschießen. Ich bin von nicht. Wie geht das denn, die zurückzuschießen? Ich muss die schlagen, die Dinger. Ach so. Da ist ein Spinnreiter. Warum gehen denn die ganzen Creeper auf mich? Ja, Alter, hier sind lauter Eistrosse bei mir. Ja, ja. Auf Spinnen. Die fick ich alle. Jawohl. Ist aber ekel auf Tobi. Wow, ich habe einen Kohleblock bekommen. Auf jeden Fall. Ich habe einen Geschenk. C4. Was müssen Sie denn C4 machen? Ich habe eine C4-Bombe. Was steht da? Keep out danger. Ja, springen. Muss ich das da draufkucken? Ja, mein Gott. Two, one. Wow, riesen Exploschen. Alles tot. Der Flux hat lahm. Tobi, du auch. Ja, ich bin erster, Digga. Nein, ich bin vorne. Weiter. Kistengeiern. Kann man nicht drücken. Jetzt hat. Ich habe ihn runtergekriegt. Was passiert jetzt? Hallo. Ich bete dich an, Teil. Jetzt mach was draus. Ich habe so eine Rüstung, ja. Ich bin unglaublich langsam, wenn ich die anziehe. Geil. Also was will man doch haben. Ich mache meine ganze Kacke von mich, wer sie will. Aber wer hat die Schutz 5? Ich habe Protection 2. Die ist unzerstörbar. Ich habe 28 Gehirne. Ja, ich habe dir gerade 27 gegeben. Oh Gott. Der Ausgang ist weg. Es gibt keinen Ausgang mehr. Das Team Shutdown complete. warum ist hier sowieso gangster musik aus den 50er jahren 40er weil du sprungkraft und blindheit was alles klar okay der packte aber verliert aber kein leben ich glaube es geht noch nicht los system loading ich glaube wir werden öfter sterben jetzt geht's los wie schnell ist er denn verliebt überhaupt leben hat er schon mal leben verlor das ist ja kein leben das ist ein bisschen dumm das ist irgendwie kein leben ich treffe ihn die ganze zeit da passiert nichts ich glaube noch halbes leben wo ist denn der jetzt hin ich sehe den nicht der unsichtbar jetzt ist er da der verliert trotzdem kein leben es juckt den ja irgendwie nicht es juckt den alles nicht der ist voll auf mich der trifft mich nicht der ist so dumm zum kacken ich habe ein runboost des todes jetzt bin ich weg anscheinend haben wir ihn geschlagen auch wenn es nicht oben steht ich kann nicht so jungen langsam als fuck ich sehe alter wie 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 nah sehe ich dich denn bitte jetzt ist er wieder da oder was 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 Die es kommt sie ja 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 alle ja 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 Ja, ja, ja. aber aber ich muss muss Das ist ein Herzchen. Okay, also wir wissen nicht mehr weiter, die Web fuckt einfach zu sehr ab. Ja, auch wenn ich jetzt seelisch kaputt bin. Alter, was ist hier passiert? Es ist nicht mehr Schnee und es ist nicht kalt. Scheiß Weihnachten. Oh, wo kriege ich ein Technik-Lautschiff? Von der Seite. Wir sehen uns in einem anderen Video.